Ihre im letzten Jahr beschlossenen Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung sollen nun bis 2027 verlängert werden. Mit der Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes reagierten sie im letzten Jahr gezwungenermaßen auf die katastrophalen Folgen der Energiewende und ihre dummen, arroganten und von den Amerikanern aufoktroyierten Außenpolitik. Waren die Energiepreise schon im Herbst 2021 explodiert, verschärften der Einmarsch Russlands in den Donbass und die Sprengung von Nord Stream 2, also deutscher Infrastruktur. Offensichtlich geplant und durchgeführt von unseren angloamerikanischen Verbündeten.